So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Dunkelelfen. Weiter geht's, immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Doch, Cam und Mikrofon ist gut, ich fühl's dich komisch an. So, eben, nachträglich hochgeladen. Und hier sind wir stehen geblieben. By the way, wenn ihr's auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da schon direkt bei der ersten Folge, damit ihr's nicht vergesst. Ist für mich gut, für den Channel und, ja, für euch ein kleiner Aufwand. Aber für mich eine große Sache. Ja, genau, Tyrant of Nagarod. Ich hatte ja gesagt, die Aachen gehen hier nach Lottern. Raserei, äh, was soll ich hierfür? Ah, nein. Den schreibe ich nicht so an. Überlagern. Silberbart. Kriegt, ja, irgendwas halt. Kommt aber hier hin. Ja, dann hat er ja noch den Fehler gemacht, mich anzugreifen hier. Okay, es kann nur ein einziges Schiff hier Attraktieren. Das ist Unlucky. Ich dachte, ich kann mir beiden. Das Ding ist, wenn ich bis hierhin laufe, komm ich da noch hin? Jetzt schon. Kann ich dann angreifen und krieg noch die Unterstützung? Lord of the... Yes, baby. Das kämpfen wir. Komm, ich will das jetzt kämpfen. Wir haben seit... Die letzte Folge haben wir nicht gekämpft. Wir haben seit Ewigkeit nicht mehr gekämpft. Let's go. Ja, oder doch. Wir haben schon gekämpft, aber wir kämpfen sehr wenig tatsächlich. Arkaner Phönix. Der hat auch Wiedergeburt drin, ne? Wir haben einen Drachen. Drachen müssen wir natürlich abknallen. Dann hat er die Wachen hier. Sind ähnlich wie die schwarze Garde, ne? Die weißen Löwen. Die hier bereiten mir etwas Kopfzerbrechen. Ich sehe es aber so. Wir greifen mit der schwarzen Acha an. Das heißt, wir haben Artillerie und alles. Jetzt machen wir die Unterstützung. Kommt von hier rein. Ihr könnt die Unterstützung auch ein bisschen schieben, ne? So an der Pose, wo es am sinnvollsten ist, anzugreifen. Ich bin immer Freund von den Ecken. Ich weiß nicht, ob ich... Kann ich die hier aufstellen? Ja, die könnten wir von der Seite reinschießen. Sehr gut. Dann muss ich die, aber wie lange brauchen die denn? Wenn ich sie hier hinschieben würde, bräuchten die vier Minuten. Uff. Big Uff. Wir hätten mit dem Wald und alles und wären auf der Seite geschützt. Wir haben die im Durchgang. Wie lange bräuchten sie, wenn ich sie hier hinschiebe? Geht nicht? Und hier? Zwei Minuten. Zwei Minuten dreißig. Also gut. Wegen der Unterstützung greifen wir dann von hier an. Und ich habe noch Unit gar noch nicht gezeigt. Fällt mir gerade ein. Und zwar die hier. Die Henker von Harganet. Alle brutal. Alle brutal hier. Tyrant! Die kommen unheimlich weit. Geht auf meine Hydra los? Es wirkt so, ne? Wir suchen mal näher ran. Wir suchen mal näher ran. Grüner Blitz. Die könnten die Mauern zum Einstürzen bringen, glaube ich. Ich muss genug Schaden drauf machen. Nein, ich habe nicht das Umentschieden. Geht er hoch. Dann viel mehr Feuer, dass sie durchballert. Die Änderungen fahren! Ich bin sehr sicher. Anfeinander für die Herrschaft! Ich bin bereit für die Brüche! Vier, die Krüche! Das wird weh tun. Dass die immer noch... Okay, die haben immer noch die Hoheit. Das wird weh tun. Wo ist die Wismund Magierin hier? Nein, die andere Magierin. Die einen von Hargan F, die fliehen schon. Ja, die Drei Dark Elves! Shades! Drukid! Cold-blooded killers! Drukid! Drukid! Ja. Gefährliche Sache hier gerade. Irgendwie fehlt mir ne Magierin. Geh mir noch nicht rein geschickt, dich Vogel. Ei, ei, ei. Nicht konzentriert. Da gehen einige drauf. Ganz, ganz mies. Das war eigentlich auch das Ziel, dass wir hier ne schöne Schlacht haben. Mir fehlt ne Magierin. Mir fehlt irgendwo hier ne Magierin. Die Magierin, die eigentlich beim Malus Düsterklänge dabei ist. Die Magierin. Dredd Knight. Back already. Cold-blooded Kinnon. Die Magierin. Schades. Battle calls. Dealer in death. Schades. We are ready. We are ready. As you say. At once. We are ready. We are ready. We are ready. Mit der Autoschlacht hätten wir sie einfach gewonnen ohne Verluste ne. We are ready. We are ready. We are ready. Ich will, dass ich die da erholen geht, Mann. Sind sie? Hier. Geh durch. Dann noch die Hände bitte. Nein, das... Und abbrechen mit einem anderen Zauber. Null. Hoch, durch. Geh durch die verdammten Bogenschützen dahin. Null. 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 Hm, es stirbt zu viel. Ja weh, es ist eine spannende Schlacht. Dreadlord! Daruki, forward to destruction! I am darkness! Fear me! Lay it away! The enemy are exposed! Onward! Gold ones! Nagarofi! We are ready! Battle ready! Follow orders! Master Duki! Dreadspears! Dears in death! We are ready! The new edition! Will ich bitte mal die hier holen bitte? Das ist meine Magierin, hier. Wie gesagt, irgendwie fehlt eine Magierin. Wutlicht? Ja, die Magierin! Dreadlord! Dreadlord! We have to! You have to! Dreadlord! Die Magierin! Whatever he takes! Shades! Blood for Cain! Goldblooded killers! Jetzt gehen wir hier rüber. Könnte sein, dass das dann gleich alles bricht. Du musst den Rest hier extra stehen, ne? Beide Armeen sind fast am Boden, das stimmt. Er ist nicht zu töten. Wenn er im Kampf ist, er regeneriert einfach nur die ganze Zeit Lebensrunde. Er schießt Sie! Bleib weg! Er ist bereit. Es geht um zu schlauchern. Er hat sich um die Allerport. Ich kann alles wieder herstellen, ich habe die Aachen dabei. Hier geht's. Spannende Schlacht. Also Pyros Sieg hätte mir alles überleben lassen und ich dachte mir, komm, das kämpfen wir selber, weil wir jetzt in der letzten Folge doch sehr wenig selber gekämpft haben. Einfach Autoschlacht, Autoschlacht, Autoschlacht. Von daher. Und es geht ja auch immerhin um Lothan, ihre Hauptstadt. Das war jetzt einfach die Schlacht, die die Hochelfen bricht. So, gucken wir gleich, was alles gestorben ist. Ziemlich viel dürfte weg sein. Fast die gesamte Infanterie hier. Distanzkämpfer haben überlebt. Einmal Echsen. Hier die ganzen Schwerkämpfer. Okay. Wir plündern uns besetzen, damit wir wieder ein paar Truppen aufgefüllt kriegen. Wir fahren mit ihm da hin. Ja, das können wir jetzt nicht einnehmen. Malus Darkblade. Malus Darkblade. Also wir setzen uns rein. Ich lebe. Oh, hier können wir auch fast alles rekrutieren und holen und machen und tun. Das ist gar kein Thema. Ähm. Sogar Magier. Ready. Was? Hat denn bei der Bedüsterklinge nicht eine Magierin dabei? Wo ist die denn hin? Ist die verletzt? Ja, Dark Shadow ist verletzt. Oh, der... Ah, hier von einem Spion. Osten Br Buy. Okay, verdann? Ich hatte es in der letzten Folge noch gelesen und in dieser Folge wieder vergessen. Neu- reference. Und wenn er sich verwandelt. Noch mehr Abwehr... Ja, er ist einfach eine Maschine, ist fest was gar nicht zu stoppen. Auf fond, commence je ein Handeln mit... ...best guesst. Ähm, hier ist eine Möglichkeit. Über Gellor. War Gellor, der gekämpft hat? Ja. Super. So, wir machen das so. Und hier zwei. Einen Schattenbiethandkämpfer. Äh, ne, da haben wir zu wenig Nahkampf, ne? Einen so. Ach so, ich kann über Admiral Honk und Dings gleichermaßen rekrutieren. Ja, das ist ja mal mega geil. Mehr von beiden hat er dann nochmal die Echsen hier. Kriegen wir sogar noch die besseren Echsen rein. Ja, er hat ja gar nicht gekämpft. So ist, wir können hier dann tatsächlich... Das ist er selber. Warte schnell. Holen wir hier? Ich muss ganz kurz was nachgucken. Hier holen wir noch einen Bithandkämpfer, ne? Das machen wir hier nicht. Dann rekrutieren wir hier, standdessen noch. Ja, das geht gar nicht. Das ist in der Stadt selber. Ach so. Spielt das ja keine Rolle. Ah, warte, ich kann die tauschen. Das heißt, ich kann einen so hier rekrutieren. Und dann rekrutieren davon einen weniger und so. Und dann tarsch mit das schnell hin und her und dann ist das wieder ausgeglichen. Dann ist gut. Dann passt das ja. Was ist denn jetzt? So, ich brauche hier trotzdem Death. Einfach mal Slaughtern ist. Also, dann hat die eigentlich fast alles überlebt. Ach ne, warte schnell. Dann sind ja hier zu viele Leute drin. Egal, wir wechseln einfach hin und her durch. Ich weiß schon, alles gut. Hey, Laurie, ja, das hat ordentlich XP gegeben, dafür, dass du das hier eingenommen hast. Wir gehen hier einfach mal so drauf. Hier machen wir Lebenspunkte. Eroberer. Abwehr. Auskundschaften. Dann will ich mit Feuer eigentlich volle Kanne weiter. Wir machen das anders. Damit wir das nämlich schon haben. Den Rest können wir später noch holen. Gut. Ja, bauen sie mal schneller hier was. Gut, in der nächsten Runde heißt es dann hier hin. Wir müssen eh zwei Runden hier drin warten, ne? Dann nutzen wir die Gunsterstunde und kicken eigentlich die zwei schon mal raus. Dann holen wir hier nochmal. Wo sind sie denn? Die hier? Na, die Ritter der Nacht, die Kampfechsen. Malekit rückt weiter. Das müssen wir jetzt nicht kämpfen, das ist eigentlich spannend. Wo bin's gesichert? Ein paar Gefangene. Ah, der kurze Sieg. Wir haben den kurzen Sieg abgeschlossen. Nice. Rang bei der Rekrutierung. Alle Armeen. Super geil. So, das da hinten kriegen die schon in den Griff. Hier ist ja jemand anderes dabei. Weißt du, was wir machen können? Wir könnten eigentlich mal schnell schauen gehen, wie groß die hier eigentlich sind. Einfach damit wir so ein Gefühl haben, ob die hier wirklich, also ne, ob die, ob wir den großen Sieg vielleicht doch noch schnell machen mit den Hochhelfen. Wenn er da irgendwie kurz vorm Zusammenbruch steht, können wir das ja machen. Spielt das ja keine Rolle. Spielt das ja keine Rolle. Jetzt reparieren wir noch schnell. Wie alle wird überall, wird einfach ausgebaut. Ist okay. Passt schon. Passiert ja dreimal nichts. Also Riddick könnte sich noch bewegen. Arme Goldstufe drin überhaupt. Noch nicht. Das macht gar nicht viel Sinn, ne? Ah, Verehrer der Macht. Wir geben dem mal ein paar Fähigkeiten. Ein Möchtegern-Thronräuber widersetzt sich vergeblich eurer Armee. Während seine Truppen um ihn herumfallen, behauptet er resolut seine Stellung und stellt eine Herausforderung. Mit ihm zu kämpfen, von Angesicht zu Angesicht, wie ein wahrer Krieger. Hat er dieses Recht verdient? Tja, jetzt können wir entscheiden, ne, Riddick. Munition für die gesamte Armee, mehr Reichweite für die gesamte Armee, Geschossstärke für die gesamte Armee, 10% oder grössere Charakter-Aura. Nein. Wir schiessen sie alle. Dann kriegen auch alle einen Bonus. Also von uns. Die andere Armee ist dead. Die existiert nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich bin schon versucht, hier anzugreifen. Wie gut ist die Magierin? Mit dem penumbrischen Pendel nicht so unterschätzen. Wir haben hier nicht wahnsinnig viel Großes drin. Wir greifen das hier mal an. Pyrosieg, behauptet er. Ich dachte mir, komm, wir machen es mal wieder ein bisschen spannend. Es gibt mal wieder ein bisschen was zu tun hier. Mit selber Kämpfen machen und tun. Also. Die Unterstützungsarmee wieder ein Momentchen brauchen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir die Unterstützungsarmee direkt beim Ein-, beim Reinrennen stoppen. Dass wir mit dem penumbrischen Pendel ganz viel durchpendeln können. Die brauchen zwei Minuten. Sondern es ist die hier, die rennen volle Kanne. Die stellen sich eh schon vorne auf. Hier gehen die in die vier und euch machen ja immer mal in die fünf. Die können in die sechs. Die kann in die vier und die nehm рынken. Glorious Destruction! Was a mission! Nagorathi! Massacrer! Shades! Die Todeskirche kommt! Die Todeskirche! Die Todeskirche! Drukki! Die Todeskirche! Die Todeskirche! Die Todeskirche in der Todeskirche! Eine Minute noch. Wir werden wahrscheinlich nicht schnell genug sein. Jetzt ist die Frage, beenden wir es oder versuchen wir es? Ich finde Versuchen eigentlich spannender. Wir versuchen es. Sie können sich wieder sammeln, wenn wir... Ist doch Quatsch. Die Todeskirche! 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 Eine bessere Stellung zu suchen. Aber ich befürchte, dass ich die Medusen um den Tod geschickt habe. Das war's. Das war's. Ja, das ist nicht so gut, dass die jetzt was abfeuern können. Jetzt sehen wir mal zusammen. Das Problem, das ich hier habe, ist, dass relativ viele Distanzkämpfer hier noch drin sind. Die Infanterie hält aber gut die Linie. Ich denke, wir können die von der Seite eigentlich aufhalten da. Also die brechen da in Panik aus, um, auf, whatever. Das tut's aber nicht so gut. Wir wollen schon, dass du überlegst. Psst, mit dem Saurer. So, die Drachen sind hier ein bisschen drin. Die Saurer-Krieger mit Speeren sind aber ein Problem. Also ich rette mich hier hauptsächlich mit Space, ne? Die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt ein bisschen was sehe. Möchte das hier in den Nahkampf gehen. Aber nein, ich hab's mir überlegt. Ich muss den Drachen da mal schnell rausnehmen und die Medusa hier. Ich glaube, die andere Medusa ist schon gestorben. Ja, hier liegt sie. Wir versuchen noch zu töten, was geht, weil es handelt sich jebei um der Kommandante, die gesamte Armee. Die gesamte Armee ist okay, die sind zu schnell. Na, einfach wegmachen, was noch geht. So. Ein Pyros-Sieg, wie zu erwarten. Es ist mir hier eine Medusa abgekratzt, das ist super schade. Die sind aber Goldstufe geworden. Und ich glaube, Riddick wird jetzt auch noch mal einen Rang steigen. Dann können wir die Goldstufen-Dudes noch stärker machen. Weil die haben alle, also ich meine, wie die, die die Frontlinie gehalten haben, ne? Das ist Wahnsinn gewesen. Ja, fast schon unverschämt. So, jetzt gibt's hier Blutlust für... Nein, nicht hier. Gunst mit den Glücklichen, mehr Rüstung für die Schwarze Garde, mehr Waffenstärke für die Schwarze Garde, dann wird's die Schwarze Garde richtig gut. Magische Reserven wären vielleicht ganz nice. Ja, knapper Sieg, weil wir haben sie schon außerhalb sehr geschwächt. Das nehmen wir jetzt nicht auf. Was haben wir hier alles drin? Hier sind die Drachen drin, hier sind die Medusen drin. Die hier. Du kriegst mal die Slaanesh Sammler. Einfach damit die Drucker wieder aufgefüllt ist. Ewiger Hass. Passive Fähigkeit, Himmel verdunkeln. Schön. Damit unterstützt du die hier. Schießen die noch schneller. Auch keine Kanalisierung werden wir auch brauchen. So. Dreadlord of Nagarov. So, ich glaube hier hinten ist dann ihr letztes, ne? Mehr haben sie nicht mehr, genau. Damit werden wir die Echsen los. So. Ah ja, du hast ja auch noch XP gekriegt, Lulul. Irgendwo war ich ja noch am Ausbilden. Und zwar hier oben. Sauer dir noch ein Momentchen. Fanta darf schnell das da holen. Feind besiegen. Ja, ich meine, hallo. Wir nehmen die Schätze mit. Wir nehmen alles mit. Alles nehmen wir mit. So, Fanta verstärkt seine Truppe noch. Manuel wird zum Auskundschafter tatsächlich. Dann segelt die immer weiter. Aus dieser Bucht heraus. Uh, nice. Haben wir, können wir endlich? Also, da dürfen gleich ein paar Arbeitskräfte arbeiten gehen, damit die das hier bauen können. Sehr schön. Das waren ja auch schnell fertig, weil ich will sie einfach haben. Ja, ich will sie einfach haben. Dennoch, falls wir doch noch mehr Magier wollen und noch mehr Armeen aufbauen. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir gauen zuerst mal das hier aus. Lul. Kann ich noch ein paar Arbeitskräfte verkaufen, damit die genug Geld haben, damit ich doch noch die anderen Sachen hier machen kann? Nein. Dann lass ich's offen. Aber warte schnell, wir können's eigentlich wieder... Wir haben so viele Arbeitskräfte, wir können die einfach rauspumpen. Gibt's einmal das hier. Und einmal das hier. Ist gut. Weil das Ziel ja tatsächlich, dass Kaffee-Inhalator sich hier schon mal ready macht, weil es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Slaanesh sagt, ich hab die Schnauze voll von deinem ganzen Gedöns. Gedöns. Okay, dann schauen wir gleich, wie sie sich bewegen, die Herren. Erschöpfung. Er hat eigentlich nur das hier, ne? Das hier noch und das hier noch. Okay. Ja. Jetzt laner ich mir den Krieg erklären. Ich hoffe, er ist sehr. Ich hoffe, er ist sehr. Und mit ihm müssten wir eigentlich in ein Schutzbündnis rutschen. Dann hätten wir den Norden nämlich dahingehend noch ein bisschen sicherer gemacht. Ja, da sagen wir natürlich ja. Das ist die eine Armee, die hinten noch am Plündern war in der letzten Folge. Ja, das war, wenn wir mal zu rechnen. Das wäre nicht in Ordnung. Der weiße Turm, der da oben ist, den muss ich aber vielleicht schnell auf die Schnelle umbauen. Damit er da nicht weiter kann, sondern blockiert ist. Das heißt, hier käme er durch, wenn er wollen würde. Wir können ihn aber auch einfach da hinrichten. Mit der Flotte von Honk. Ja. Was will er machen? Er hat doch nichts mehr. Er hat doch noch ein Momentchen, bis das wieder voll ist. Ich will ihn das mal schnell holen. Damit haben wir das schon mal. Wenn er nie angeschrien wird. Ich commande you now! Ja, ja, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Helebron. Wisst ihr was? Helebron kriegt noch eine Magierin. Helebron kriegt noch eine Schatten-Magierin. Siester des dunklen Konventen. Schmerz von Nagra. und wahrscheinlich sehe ich mich noch gezogen noch eine armee aufzubauen haben wir nicht irgendwo noch schatten die wir verstärken können das sind eier rüstung in blut geschmiedet ja das klingt doch nach einer rüstung die gut und lange riecht vielleicht den helden nicht bewegt attentat attentat wie man attentat auf den schweizer attentäter dominik fehlschlag also so wird das natürlich nicht so über enden die misere der echsen würde ich meinen der drach ist fast draufgegangen aber gut so nach wir machen das auch mal das ist mal haben was sie den goldstuhl erreichen irgendwann tausend jahren so die fraktion ist da ich würde eigentlich gerne das abkaufen von dir geht es morathen morathen und kalt den ersten. King of Exit! Grüezi! Ihr Erbissmann! Luthor Harkon. Die Tyrant von Nagaroth. Wir haben ein Problem. Dreadlord von Nagaroth. Die Waffen natürlich nochmal stärker. Stimmt, ich hatte dir nie eine Magierin gegeben. Du rennst auch ohne Magierin rum. Das ist suboptimal. Wie viel hast du denn? In der nächsten Runde könnten wir eigentlich das bauen. Wie eine Magierin. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das machen. Ich will aber hier hinsegen, weil ich wissen will, wie weit die Helfen sind. Weil, ich weiß nicht, es ist doch schon sehr verlockend, die lange Kampagne, aber die beiden hier auszulöschen, ist halt wieder so eine Sache, ne? Achso, ja. Erfolgs-Spezialist ist Erfolgswahrscheinlichkeit für alles, Alter. Ich bin mit Fouls. Ich bin mit Fouls. Ich bin mit Fouls. Ich bin mit Fouls. Was haben wir für Missionen eigentlich? Diese Armee besiegen? Also gut. Angenommen. Morathi holt sich die Hauptding. Oh, das wäre natürlich Gold. Kann ich dir den Auftrag noch geben? Ziel besitzen. Nein, noch nicht. Dann beherrschen wir zusammen die Weltmeere. Außenposten verfügbar. Achso, bei euch ist ein Außenposten verfügbar. Drollfjord. Ja, wo kommen wir die besten Einheiten bauen? Hier. Ja, wir bauen da einen Außenposten. Wir bauen da einen Außenposten. Das ist ein Außenposten. Das ist ein Außenposten. Das ist ein Außenposten. Das ist ein Außenposten. Nein. Ich dachte Krieg. Hat er so sehr gehofft, dass es Krieg ist. Droh mit dem außenposten. Droh. Die Annie. integrate Implosten. Hier ist es ein Außenposten. Wird ein Außenposten. Wir fallen die Außenposten. Wir schauen nach oben. halte ich für möglich wir können all die dudes einfach verbrennen ja nächste früh gefreut unterschätze nie die dunkel elfen und ihre magie wir reinigen wir reinigen das hier ihr werdet alle zu langsam seien das aber mächtiger zauber nachdem kann er ausweichen dem kann er auch ausweichen he 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 ja ja So, dem können sie nicht ausweichen, weil der verfolgt sie. So, dem können sie nicht ausweichen. 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 Alle tot. Aber die haben einen guten Schaden auf die Magierin gemacht. Muss man schon sagen. Also, dieser Seelenraub auf einer einzelnen Magierin hier haut schon ordentlich rein. Schon krass. So, dem können sie nicht ausweichen. Ich brauche Schläge. Ich brauche Schläge. Ich brauche Schläge. Tatsächlich nicht. Interessant. Die Düsterklinge läuft durch. Bringt mir euer Geschenk. Ja, die plündern immer alles. Huch. Achso, wir sind übern Ding gefahren. Okay, möglicherweise kriege ich einen großen Schatz. Ja, wir warten schnell, weil ich wage jetzt hier nicht kämpfen, wenn wir dann gleich gegen die kämpfen müssen. Auch wenn die es wahrscheinlich geschafft hätten, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Einmal die Heilung für alle. Entschuldigung. So. Chaos-Kundschaften braucht es hier natürlich auch. Achso. Achso, ihr habt mich angegriffen. Wie lief das so für euch? Tyrant of the Hag. Dann flitzen wir da noch rüber, weil diese Armee ist ja wieder ready. Was war ich? Das waren jetzt mal auf schneller Basis. Ich wollte das, dass meine Beziehung mit den anderen verbessert. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Keine Ahnung. Das ist Ritterkommandant. Um die hier besser zu machen, dann ist die Armee nicht mehr zu stoppen. Ich meine, er allein ist ja wahrscheinlich nicht mehr zu stoppen. Reisen wir schnell da rein. Ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Ich gehe nach so einen und noch einen Reiter und dann ist diese Armee auch gleich wieder gut. So, so. Damit sind die Hochhelfen von der Insel vertrieben. Und wir lösen jetzt die Beziehung mit Belocco auf. Es ist nämlich so, wir haben keine Feinde mehr. Nein, ich will eigentlich mit ihr hier reden. Ich möchte nämlich, dass du dieses Ziel besitzt. Nicht nur einen im Besitz. Also wir werden so und dann direkt so rüber. Ich will dieses Schwert vor allem haben. Wer hat das Schwert? Wo ist das Schwert? Nein, das ist mit der Magierin, wie wir warten müssen. Nein, doch nicht. Wir machen das einfach schnell. Nehmen wir hier raus. Nehmen die hier raus. Wir legen nur anders dann hin. So, wo steigt hier der Druck? Especially from me. Especially from me. Gegen wen kämpft ihr hier drinnen noch? Du kämpfst gegen wen, ne? Okay. Ja, Kopfhinterlater, du wirst halt warten müssen. Ja, das hat jetzt auch alles nicht so prioritär. Eine Rebellion steht bevor. Boots und Gaia steht jetzt eine Rebellion bevor. Ja, dann richten wir einfach ein paar Leute hin. Dann passiert das ja nicht mehr hier, ne? Ja, ich bin so ein guter Herrscher. Na, jetzt nicht die Menschen angreifen, mein Lieber. Ja. Ich könnte die Archen hier positionieren dann. Dass da was kommt. Ja! Er tut es. Wir führen Krieg. Das bedeutet, dass Slanesh jetzt dann auch bald schon 10 Runden hinterherhinkt. Einer eurer Kommandanten folgt einer ehrlichen Einladung an den Hof. Seht ihr da etwa furcht in den Augen eines Treuen Untergebenen oder die ehrfügtige Erwartung einer Belohnung? Wir könnten dich bevorzugen, Riddick. Dann hast du weniger Unterhalt. Und für deine Truppen, wie man das die Gunst des bevorzugt. Ich weiß nicht, ob andere dann die Gunst verlieren, aber das ist jetzt nur mal Thema so. Wir bauen das auf schneller Basis aus. Dann bauen wir hier auf schneller Basis Death rein. Dann ist das schon mal getefft und wir holen die Sachen von Belakor. Das hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Wir werden mit der Hygograb-Legion, ja. Tremble bevor Rekar. Tremble bevor Rekar. Mit ihm zu konfederieren wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Muss schon gesagt sein. Also wir haben ja schon eine Armee, die auf dem Weg ist. Die sich um das hier kümmert. Die sich um das hier kümmert. Wenn ich ihnen jetzt den Krieg erklären will, dann rein theoretisch. Wieder gehen, wäre kein Problem. Außer dass ein Kari hier unten rum eiert. Oh, wie gerettet ich den Daumen ab? Nur für mich alleine. Wir verschieben Kaffee mal hierhin, je nachdem wie er gleich reagiert. Wenn er weitergeht und hier entlandt, dann knacken wir ihn hier einfach weg und dann gehen wir hier rein und machen die ganzen Sachen tot. Weil, ähm. Er hat mich bewegt, ja. Lord of the Black Court. Suche Slaughter awaits. Double time! Double time! So weit, wir müssen ja irgendwo hier unten eigentlich sein, ne? Black hearted. Okay, kann ich alles noch nicht rekrutieren? Reddick lebt da den Traum. Reddick lebt hier den Traum. Ist in den Dschungel, schön. Und jetzt hängst du da einfach rum, weil, cool. Okay, also. Ich will den Donut für mich. Mein Donut. Alles meins. Hey, war ein paar spannende Schlachten hier dabei. Ich weiß schon, dass du das willst. Aber du bist mit denen verbündet, ne? Ich versuchte, den auch einfach wegzumachen. Egal. Alle müssen dienen. Oh Mann. Die Freibäuter greifen mich hier gerade an. Und das Konsequenzen für mich. Was meine? Nein. Ich nehme an, die Freibäuter wurden von ihr genehmendem Bestoch nicht anzugreifen. Ciao an. Da hat sich jemand reingesetzt. Schön. Wir machen in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge müssen wir hier rüber. In der nächsten Folge werden wir gucken, ob wir einen Kari angreifen können. Ja, werden wir. Wir werden einen Kari angreifen hier, um ihn zu vernichten. Die Weisspitze graden wir noch schnell ab, falls der das Bedürfnis hat, hier hinzugehen. Ja, das heißt, wir rennen hier hin und dann holen wir das. Die haben hier ist eigentlich keine Bedrohung. Ja, wir schauen das in der nächsten Folge an. Wenn ihr so ein Blast Blade Channel guckt, lasst ein Like, teilen, einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin von dem Staff. Bis dann. völlig gut. Ä очерNDE. plaatscheiße, ich bin da. Na D 2025. Entladen kommst duし. Ja, ich bin da. Ich bin da. Undzai, na många вопросы. Da da manipulated Gas temptation.